Und hier mal ein Vollbildchen! Hotchance! Jawoll! Aha, den Letzten auch noch! Macht er nicht! 320! Damit können wir leben! Und hier mal eine Runde Freispiele! 2€ Einsatz! Ojojojojojojoj! Sehr schön! Und die Nummer 10! Dann schauen wir doch mal hier rein! 2€ Einsatz! Das ist Lord of the Ocean 6! Ein R! 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 Wir steigern uns 5. Und nochmal 3. Dann drehen wir nochmal hier eine Runde. 2 Euro Einsatz. Mal gucken, was er drückt hier. Die Runde geht über 500. Das ist wirklich cool hier. Ganzpede und mache. Sog das jetzt wir, wie gesagt. So, ich habe jetzt einen Runde. Dort geht's das Boot, wie gesagt. Sog das noch. Sog das noch. Sog das noch nicht. Sog das noch nicht. Sog das noch nicht. Sog das noch nicht. naja das gab es auch schon mal gut und heute mal eine runde faust guck an die mit drin ist so und Verlängerung Verlängerung Das war's. Nummer 20. Keine mehr mit drin, dann bleibt's dabei. Und hier mal eine Runde Freispiele, 2 Euro Einsatz. Das. Das war's. 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 Zwei. Aina. Hm, einmal nix. Oh, guck an. Die nehmen wir auf. Ah, leichtes Minosgeschäft. Normal. Auch nicht viel besser. Auch nicht viel besser. Oh, 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 oh. Da haut das uns weg. Na geil. So viel dazu. Das war dann wohl mal nix hier heute. Schade, schade, schade. Und wir gucken mal hier rein. 1,50 los. Schade, 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 schade. 2,50 los. 2,50 los. 2,50 los. 3,50 los. 2,50 los. 3,50 los. Man, er haut hier aber richtig was raus hier. Ja. Dafür reicht es auch nicht. Junge, Junge, Junge. 30. Komm. Nehmen wir 84. Und wir wechseln eine Runde. Und wir müssen es mal wieder versuchen. Hat ja bisher noch nie so richtig gefruchtet. Aber irgendwann muss es ja mal klappern hier. Ja. Lügel! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 So, die nehmen wir und wir wegsehen eine Runde.